In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit LibreOffice Draw, das ist das Zeichenprogramm des LibreOffice-Pakets, sich ein kleines Tool bauen kann, mit dem man ohne weiteres Lochaster-Platinen bauen kann. Das mag für den einen oder anderen vielleicht etwas albern wirken, weil es natürlich dafür professionelle Programme gibt. Der Vorteil ist hier allerdings, das Ganze findet zum Nulltarif statt. LibreOffice kann jeder kostenlos downloaden, das gibt es für alle möglichen Plattformen. Es ist letztlich auf jedem Schulrechner drauf und damit kann man auch wunderbar damit zu Hause arbeiten. Im Moment ist es so, dass wir auf den Rechnern in der Schule keinerlei kommerzielle Software zum Thema Lochaster haben. Das liegt daran, dass die meisten auch kostenlosen Tools nur dann kostenlos sind, wenn man sie nicht kommerziell nutzt. Und sie in der Schule zu nutzen, ist immer so ein lizenzrechtlicher Grenzfall. Manche interpretieren das als kommerziell, manche sagen, nein, das ist eine spezielle Education-Geschichte und dann darf man es doch. Und damit hat sich bisher, glaube ich, noch keiner so richtig auseinandergesetzt, weswegen wir da einfach kein Tool haben. Das, was ich jetzt zeige, ist etwas, das ich sogar selber zu Hause benutze. Also ich habe zu Hause kein kommerzielles Tool, was irgendwelche Lochaster-Platinen designen könnte. Ich nutze wohl ein kommerzielles Tool, wenn es um richtige Platinen geht, also nicht solche Prototypen-Geschichten. Denn dann wird das hier ein bisschen hakelig mit LibreOffice und geht nicht mehr. Aber für wirkliches Lochaster-Design ist das, was ich jetzt zeige, meinem Empfinden nach, völlig in Ordnung und völlig ausreichend. Wie gesagt, wir starten mit LibreOffice Draw. Und wenn man LibreOffice Draw das erste Mal öffnet, dürfte es ziemlich ähnlich aussehen wie das, was man hier jetzt gerade sehen kann. Der einzige Unterschied ist, die Standardeinstellung von Draw sorgt dafür, dass wir hier ein Hochformat haben und kein Querformat. Ich persönlich finde das Querformat immer ein bisschen intuitiver, weil ich meine Platinen meistens von links nach rechts aufbaue. Wenn man jemand ist, der irgendwie dazu tendiert, von oben nach unten zu bauen oder von unten nach oben, dann ist das Hochformat natürlich besser geeignet. Das Ganze kann man ohne weiteres umstellen, indem man hier in die Formatoptionen geht und an der entsprechenden Stelle natürlich dann Querformat wählt. Ihr habt standardmäßig hier diese Leiste nicht. Die kann man sich durch das Drücken auf diesen Schraubenschlüssel hier generieren. Und die hat den riesigen Vorteil, dass sie einem immer direkt die Optionen anzeigt, je nachdem auf welcher Ebene man gerade ist, die man so hat. Unter anderem hat man hier eben auch die Möglichkeit, das Querformat und Hochformat direkt auszuwählen, ohne irgendeine komplizierte Menüführung. Ich würde allen erstmal empfehlen, hier diese Leiste anzumachen. Wie gesagt, einmal auf den Schlüssel klicken, dann funktioniert das. Ja, wieso jetzt LibreOffice Draw und warum eignet sich das meinem Empfinden nach relativ gut? Das liegt an einer wesentlichen Eigenschaft oder an einer wesentlichen Fähigkeit, die Draw mitbringt, nämlich das sogenannte Gitter. Es ist möglich, sich auf der Seite ein Gitter anzeigen zu lassen. Hier sind diese kleinen grauen Punkte. Und dieses Gitter imitiert jetzt quasi unsere Lochrasterplatine. Man darf sich das jetzt wirklich so vorstellen, dass jedes kleine Quadrat, was hier auftaucht, einem Lötpunkt entspricht. Wenn man das Ganze mal visualisieren möchte, kann man sich das auch wirklich so vorstellen. Hier ist ein Lötauge, daneben ist ein Lötauge und so weiter und so fort. Und wenn man sich die Dinger jetzt mal als kleine Kupferpunkte vorstellt, ist glaube ich relativ klar, dass dieses Raster eine Platine imitieren kann. Also so müssen wir uns das jetzt vorstellen. Das hier ist unsere Lochrasterplatine, die so vor uns liegt, mit ganz vielen Lötaugen. Und jedes Quadrat dieses Gitters entspricht einem Lötauge. Es gibt hier noch eine zweite Option neben Gitter anzeigen und abschalten, nämlich die sogenannten Hilfslinien beim Verschieben. Ich zeige ganz kurz mal, was das ist. Wenn man hier eine Form reinzieht, ich nehme jetzt mal exemplarisch hier von links ein Rechteck, also wenn man hier mal ein kleines Rechteck reinzeichnet und man verschiebt das, dann zeigt er einem hier mit diesen gestrichelten Linien an, wie man gerade verschiebt. Das wird insofern praktisch sein, als dass wir damit ein Bauteil auf so einen Gitterpunkt präzise schieben können und sofort, weil man im Empfinden nach deutlich besser sehen kann, ob wir gerade auf einem Gitterpunkt liegen oder nicht. Jetzt muss man noch in LibreOffice vorher, weil die Standardeinstellung nicht so gut passt, an dem Gitter ein bisschen was verändern. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das in dem Video noch gut erkennt. Ich befürchte, da macht das Videocode mir einen Strich durch die Rechnung. Dieses Gitter hat dicke graue Punkte und so noch kleine graue Punkte dazwischen. Die dürftet ihr bei euch jetzt gerade auf dem Bildschirm eigentlich kaum sehen. Das heißt, ein großes Quadrat hier, also ein Quadrat, was von vier dicken Punkten gebildet wird, hat hier noch so ein Unterraster. Und dieses Unterraster ist dafür da, die Größe von so einer Form, die ich reinzeichne, quasi zu quantisieren. Das heißt, ich kann ihn nicht auf beliebige Zwischenwerte ziehen, sondern man sieht, er richtet sich hier immer an diesen kleinen Zwischenpunkten aus. Und springt damit quasi so zwischen diesen Zwischenpunkten hin und her. Man kann sich das jetzt so vorstellen, dass quasi ein so ein großes quadratisches Raster jetzt im Moment bei mir aus 16 kleinen Quadraten besteht. Und die setze ich alle mal nebeneinander. Hier, das ist ein großer Rasterpunkt und dann nochmal vier untereinander. Das heißt, ich habe so eine Aufteilung. Die Aufteilung ist per Default in LibreOffice meinem Empfinden nach für unsere Anwendung hier jetzt viel zu fein. Denn die besteht aus 10 mal 10 Punkten. Das ist meinem Empfinden nach völlig ungeeignet, beziehungsweise fast schon störend. Das ändern wir jetzt erstmal. Und zwar geht man in den Extras auf die Optionen. Und hier findet man diverse Optionen für LibreOffice allgemein und auch spezielle Optionen für Draw. Und in diesen speziellen Optionen für Draw geht man hier mal auf das Raster und stellt dann fest, dass man das Raster in seiner grundsätzlichen Auflösung festlegen kann. Hier steht jetzt gerade zwischen zwei dicken grauen Punkten habe ich einen Zentimeter Platz. Und wir können hier die Unterteilung festlegen. Hier steht jetzt ein großes graues Quadrat besteht horizontal aus vier Quadraten und vertikal auch. Das heißt, ich habe ein großes Quadrat aufgeteilt in vier kleine. Das bietet sich tatsächlich an. Standardmäßig steht da wie gesagt 10. Das ist zu fein. Vier ist gut. Sechs kann man auch noch nehmen. Was man hier gerade tunlichst vermeiden sollte, wir sehen später warum, ist eine ungerade Zahl zu nehmen. Also würde ich hier empfehlen, einfach mal vier zu benutzen. Und dann haben wir hier jetzt unser Gatter drin oder unser Gitter. Gut. Wie baue ich mir jetzt Bauteile? Das ist relativ einfach. Denn ein wesentlicher Vorteil ist, dass wir eigentlich immer nur sehr wenige Bauteile haben. Wir haben jetzt in unserem Beispiel zwei verschiedene ICs. Dann haben wir zusätzlich Widerstände. Und die Dioden. Das war's. Mehr verschiedene Bauteile haben wir gar nicht. Und jetzt bauen wir uns hier quasi künstlich so eine Bibliothek zusammen aus diesen Bauteilen. Und das geht eigentlich relativ gut. Zum Beispiel würde ich jetzt mal den LM741 bauen. Der LM741 ist ja so ein kleiner IC. Der hat acht Beinchen. Und wenn man das vergessen hat, wie viele Beinchen der hat, nimmt man sich den entweder in die Hand und guckt ihn sich an oder man guckt ins Datenblatt. Ich bin ja sowieso immer Fan davon, in Datenblätter zu gucken und sieht dann, das hier ist das Package, was wir haben. Der hat acht Pinne. Davon sind sieben verbunden. NC in Datenblättern heißt immer Not Connected, also nicht verbunden. Der liegt einfach nur blind da, weil das Package das halt so hergibt. Und der belegt genau vier mal vier Rasterpunkte. Das Ding ist eigentlich quadratisch, auch wenn er nicht so aussieht. Das liegt daran, dass natürlich die Beine links und rechts rausstehen und dadurch das Ganze rechteckig wird. Aber wenn man ihn auf die Platine setzt, belegt der vier mal vier Rasterpunkte. Das heißt, ich ziehe mir jetzt erst mal ein Quadrat mit vier mal vier Rasterpunkten. Und das ist jetzt mein LM741. Persönlich bin optisch Fan davon, hier diese Farben von den Bauteilen nicht zu knallig zu machen. Ich graue die immer ziemlich weit aus. Also ich mache mal hier so einen relativ pastelligen Hintergrund, sage ich mal. Und wenn ich das jetzt habe, dann möchte ich den vielleicht benennen. Und das macht man in Draw mit einem Doppelklick. Also wenn man eine Form gezeichnet hat und macht einen Doppelklick drauf, kann man die bezeichnen. Das wäre jetzt der LM741. Soweit, so gut. Das Ganze ist vielleicht noch nicht sonderlich schön und nicht sonderlich übersichtlich. Was ich noch ganz gerne mache, ist tatsächlich mir hier die Lötpunkte reinsetzen. Also zu sagen, hier habe ich einen Anschluss. Und ziehe die dann soweit durch. Was ich auch ganz gerne mache, ist dafür zu sorgen, dass die ungefähr kupferfarben sind. Ich weiß nicht, ich finde das ästhetisch einfach besser. Hier habe ich gerade übrigens die Linienfarbe verstellt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade hingehen und die Füllfarbe verändern. Die finden wir hier oben. Deswegen ist diese Leiste hier auch praktisch. Also hier nehme ich mal als Füllfarbe das hier und behaupte, das ist kupferfarben. Und dann baue ich mir jetzt meine Anschlusspunkte zusammen. Eins, zwei. Und diese Anschlusspunkte lege ich jetzt halt immer in die Mitte dieser Quadrate rein. Das hier ist ein Rasterpunkt und in der Mitte ist der Anschluss. Das ist wie die Bohrung in der Mitte. Das Ganze markiere ich mir. Und ziehe es mir auf die andere Seite und fertig ist mein LM741. Vielleicht zum Thema Markieren. Das ist so eine Sache, die ist nicht direkt vielleicht intuitiv. LibreOffice markiert so, dass wann immer ich eine Form komplett in dem Rahmen habe, den ich hier zu markieren nutze, dass das mit ausgewählt wird. Alles, was nur teilweise drin ist, nicht. Wenn ich also das hier mache, wird nur oben rechts der Kreis ausgewählt. Wenn ich das hier mache, wird der untere mit ausgewählt. Und wenn ich halb auf dem unteren liege, wird er nicht mit ausgewählt. Sobald ich mehr als zwei Formen markiert habe, wird der Rahmen auch grün. Das hier heißt immer, ich habe mehr als eine Form markiert. Die blauen Punkte heißen, ich habe nur genau eine Form markiert. Gut, das ist jetzt mein LM741. Was ich jetzt noch tue, ist diese Schrift hier auch so ein bisschen auszugrauen. Einfach deshalb, weil ich hier hinterher vielleicht noch Leiterbahnen in schwarz durchziehen möchte. Und das ist dann durchaus leichter zu sehen, wenn die Schrift nicht so raus sticht. Wenn das jetzt mal ein Bauteil sein soll, wäre es vielleicht auch schön, wenn man es verschieben könnte, ohne dass sowas hier passiert. Also ich klicke einfach mal in die Mitte und ziehe mal, dann passiert das. Das ist natürlich nicht wünschenswert. Man kann jetzt gruppieren. Wenn man mehrere Formen jetzt zu einer Gruppe zusammenlegen will, markiert man alles, macht einen Rechtsklick drauf und klickt hier auf Gruppieren. In dem Moment kann man hier gar keine Einzelform mehr auswählen, sondern nur noch das Ganze. Und damit kann auch das, was eben passiert ist, nicht mehr passieren. Wenn ich jetzt hier irgendwo hinklicke und verschiebe, verschiebe ich mein ganzes Bauteil auf der Platine. Sollte ich nochmal irgendwas innen drin ändern wollen, kann ich mit einem Doppelklick, das nennt sich in LibreOffice die Gruppe betreten. Wenn ich einen Doppelklick da drauf gemacht habe, bin ich jetzt quasi in dieser Gruppe drin und kann hier meine Einzelteile wieder auswählen. Wenn ich aus der Gruppe wieder raus will, kann ich entweder sagen, hier Rechtsklick Gruppe verlassen oder ich klicke einfach irgendwo mit einem Doppelklick auf das Blatt drauf und bin dann wieder raus. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weitermacht und noch andere Bauteile baut, könnte das Ganze hinterher zum Beispiel so aussehen, wie ich das auf Seite 2 schon mal vorbereitet habe. Hier habe ich den LM324. Was ich hier noch gemacht habe, ist in die Lötaugen reinzuschreiben, was die Anschlüsse überhaupt für eine Bedeutung haben. Also AO ist bei mir der Output des Operationsverstärkers A, A- ist bei mir der Input, der invertierende Input des A-Verstärkers, A+, der nicht invertierende V+, ist die Betriebsspannung positiv, V-, negativ und so weiter. Und wenn ich jetzt so ein Bauteil habe, ist das eigentlich relativ schön. Ich sehe sofort, wo was angeschlossen werden muss. Das ist jetzt halt einmal Aufwand. Dieser Aufwand hält sich auch in Grenzen. Also sowas hier ist in 10 Minuten gebaut, wenn es hochkommt, vielleicht sogar schneller und dann war es das. Des Weiteren habe ich mir hier einen Widerstand zusammengebaut. Ich färbe mir die auch immer unterschiedlich ein, dass ich sofort sehe, okay, grün, ja, ist Widerstand. Ich habe mir hier eine Diode gebaut und kann jetzt anfangen, hier Leiterbahnen zu ziehen. Und Leiterbahnen ziehe ich wirklich einfach, indem ich Linien nehme. Und jetzt kommt der Punkt, weshalb ich vorhin gesagt habe, es bietet sich nicht an, ein ungerades Unterraster zu nehmen. Denn wenn ich hier jetzt so ein Quadrat nicht in 4x4 aufteile, sondern in 5x5, dann gelingt es mir nicht, so eine Linie hier in die Mitte zu legen. Weil eine Linie immer genau auf den Rasterpunkten selbst liegt, also auf diesen Unterrasterpunkten selbst. Und dann hänge ich immer genau daneben. Das ist ultra hässlich. Das würde ich also deshalb nicht empfehlen. Deswegen eine gerade Unterteilung nehmen. Ich denke, man kann sich jetzt schon sehr gut vorstellen, wie man hier eine Schaltung zusammenstricken kann. Man kann natürlich jetzt auch solche Sachen machen, wie hier Linien durch Bauteile durchziehen. Das wäre jetzt, der Widerstand liegt oben auf der Platine drauf und unten drunter ziehe ich eine Leiterbahn durch. Das kann ich jetzt alles machen. Manchmal passiert vielleicht sowas hier, was man nicht möchte. Ich mache das mal künstlich. Und dann sieht man auch schon, wie man das vermeidet. Also angenommen, sowas hier passiert euch, ich sage mal ganz nach vorne. Bauteil liegt jetzt über Leiterbahnen und ich kann nicht mehr nachvollziehen, was da drunter passiert. Dann liegt das an der Anordnung. Anordnung heißt, welches Bauteil hat quasi Priorität oder welche Form hier hat Priorität. Wenn man das vermeiden möchte, geht man hin, markiert mal alle großen Bauelemente, die keine Leiterbahnen sind. Man kann jetzt mehrere markieren, indem man Shift gedrückt hält und die einzelnen anklickt. Wenn man dann einen Rechtsklick drauf macht und hier auf Anordnung geht und dann ganz nach hinten sagt, dann sind quasi die großen Bauteile immer ganz hinten und die Leiterbahnen haben immer Priorität und damit sind alle Leiterbahnen zu sehen. Das reicht eigentlich schon völlig aus für den Umgang. Und wie gesagt, auch wenn es ein bisschen lächerlich klingt und ein bisschen altbacken vielleicht, ich benutze das tatsächlich, um Lochrasterplatinen zu designen. Zu guter Letzt kommen wir ja irgendwann an den Punkt, wo wir das Ganze dann auch verlöten müssen und dann stellen wir fest, jetzt haben wir die Bauteile vielleicht aufgesetzt und jetzt wollen wir auf der anderen Seite verlöten und stellen fest, ja, doof, von der Rückseite ist das ja jetzt alles sehr gespiegelt. Und dann kriegt man schon mal einen ganz schönen Knoten im Kopf, wenn man jetzt nur die Platine quasi von oben gebaut hat, also Draufsicht, dann die Untersicht sich selber vorzustellen, während man so Lötkolben in der Hand hat, ist manchmal ein bisschen eher frickelig. Und auch das geht hier total einfach. Ich baue einfach mir eine neue Folie. Das kann ich hier entweder machen mit Kopieren oder direkt neuer Folie. Klicke auf Einfügen, baue mir die also nochmal und kann jetzt wirklich einfach hingehen und sage nicht mal Kimi, alles. Mache einen Rechtsklick drauf und sage ich spiegel. Und wenn ich jetzt horizontal spiegel, dann habe ich jetzt quasi das, was ich von unten sehe und kann jetzt in dieser Sicht das quasi nach und nach aufbauen. So baut man sich in LibreOffice Draw ein ziemlich einfaches Tool, mit dem man entspannt Loch aus der Platinen bauen kann. Es ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, weil zum Beispiel solche Sachen nicht funktionieren, wie hier, ich sag mal, Anker zu setzen. Das heißt, wenn ich jetzt die Diode nun mal verschiebe, ja, dann ist es leider so, dass ich die Leiterbahn künstlich nochmal da hinziehen muss. Das ist natürlich durchaus ein Nachteil. Da braucht man nicht drüber reden. Aber wenn man, ja, vorher ein bisschen nachdenkt, wie man es wohl haben will, geht das eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, es kostet nichts. Das kann sich jeder installieren und man hat keine Probleme.